hallo zusammen ja ich habe bei ski in bzw ganz viele produkte bei ski glam gekauft und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen was es denn so alles geworden ist ich verlinke euch da oben einfach mal ein video denn ich habe schon eine first impression zu einigen produkten gemacht als erstes zeige ich euch mal dass das was mich auch dazu verleitet hat bei ski glam bzw ski in zu bestellen das ist nämlich die care bear palette was ich davon halte da oben ist das video die kommt erstmal in einer papp verpackung und sie hat das weiße plüsch was man sich dennoch wirklich denken kann als um verpackung vorsichtig denn das ist aufgeklebt auf eine normale papp palette und ja man löst es ganz ganz schnell ab das sind die farben wie ihr seht sind sie alle schon eine runde benutzt worden schöne palette meine meinung seht ihr da oben dann habe ich einmal das ski glam hydro touch refreshing setting powder mir gekauft kommt in der umverpackung ich mache es mal mit euch auf denn ich habe nur die plastik sticker abgenommen aber selbst das puder noch nicht geöffnet das ist die umverpackung kommt in einem schönen rosa beziehungsweise einem plastik tiegel hat meine 20 gramm drin schon eine recht gute menge da sieht man da kann man zu machen da steht auch extra macht es bitte schön zu und da kann man noch mal das reißen jetzt einfach mal gemeinsam ab das puder entnehmen first impression das fühlt sich echt nass an sowie ich denke mal das ist so eine art gibt zu diesem becker oder was es mal eine zeit lang gab beziehungsweise bevor becker bankrott oder insolvent gegangen ist da ist noch ein mesh drin der ist jetzt voll gefüllt deswegen halte ich es nun mal so in die kamera es kommt leicht rosa daher ist super war ich und fühlt sich wie wasser auf der haut an ich bin echt gespannt das mal zu benutzen ganz komisch ganz reich ganz 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 wässrig interessant stelle ich mir ganz witzig vor haben wir mal wieder zurück dann habe ich noch den aktuellen neuesten primer auf der ski in seite den ski glam hydro grip in ein gut grip hydrating primer bestellt ich denke mal das ist ein juke zu dem make-up grip freiner oder auch ich glaube essens hat einen rausgebracht elf hat einen rausgebracht und natürlich jetzt auch ski glam kommt in einem airless pump hat ich glaube recht viel 45 milliliter drin also schon recht große menge zwölf monate haltbar in einer grünen flüssigkeit die sich hin und her bewegt nagelneu habe ich noch nicht getestet ich teste ihn jetzt einfach mal hier auf meinem handrücken wenn er dann pumpt da kommt doch schon was aus er hat einen frischen geruch so ein bisschen zitrisch gurkenartig gurkenartig so gurken ganz ganz leicht ganz ganz flüssig fühlt sich an ja alkoholisch vermutlich auch also alkohol denke ich meist auch dran aber nicht an unangenehm also nur wenn man die nase wirklich dran hält merkt man das lässt sich gut verteilen und hinterlässt einen leichten grip aber nicht so doll doch da da hört man es aber fühlt sich echt angenehm an werde ich austesten ich bin hier so oder so nicht so die primer maus aber ich dachte mir wenn es dann schon mal was neues gibt kann man das auch einfach mal ausprobieren genauso auch wie der birthday skin oil control ich habe ja schon den ersten primer aus der serie und möchte jetzt einfach mal ein ein battle der primer packen beziehungsweise euch ein battle der primer geben was jetzt wirklich ob es wirklich besser ist als der standard primer oder ob es nur ein gimmick ist gelesen kommt er er kommt mit so einem deckelchen einem spatula und hat auch eher so eine gurkige grüner tee richtung vom vom geruch her genau ich nehme ich entnehme auch einfach mal ein bisschen leicht grünliche färbung jetzt nicht so grün wie der andere aber es hat kein weißes produkt sondern eher ein grünliches produkt fühlt sich wie eine tagescreme an da hat er auch diesen grünen tee geruch noch ist da grüner tee vielleicht auch drin vermutlich ja schauen wir mal wie schnell der einzieht interessantes produkt werde ich auf jeden fall mit euch mal ausprobieren vielleicht auch eine seite die eine seite die und schauen welche welcher primer dann nämlich länger matt hält ja da ist auch schon eingezogen er hinterlässt kein pappiges gefühl der andere aber auch nicht mehr also sie sind beide schönen die hautinnenfläche beziehungsweise auch hautaußenfläche eingezogen und fühlen sich auf den erst im ersten gefühl ganz gut an auch nicht irgendwie glänzend beide glänzen nicht nach also haben keine glitzer schimmerpartikel drin ja ich glaube zumindest zum auto austesten mal was interessantes dann habe ich mir noch einen beziehungsweise auch noch den zweiten blush gekauft aus der ski glam care bears limited edition glaube ich ist es oder edition auf deren website das ist einmal der orangene blush der heißt thrills thrills seeker na englisch ist schwierig habe ich da überhaupt in orange und ja ich habe mich vertan ich habe die unterschiedlich eingepackt nein da ist der orangene blush drin denn ich habe sie auch beide schon meiner first impression ausgetestet das ist der blush in einer süßen herzen form auch wieder den weichersten plüsch den ich je gefühlt habe und der hat so niedliche öhrchen total geil und dann haben wir die andere farbe ist tickle pink tickle pink tickle pink das ist ein alt rosa er auch super süße öhrchen und das ist der blashturm wunder wunderschön schon mal so als kleine info dann da vorne sind sie habe ich mir zwei setting sprays gekauft auch ich bin keine die jetzt wirklich setting sprays benutzt aber ich wollte einfach mal schauen was denn so der große unterschied ist von den inhaltsstoffen unterscheiden sie sich sehr sehr doll es gibt einmal das lila setting spray das verspricht lockt in setting spray 16 stunden halt recht klein die verpackung würde ich sagen es sind nur 55 milliliter drin also aufpassen nicht jedes günstige produkt hat auch wirklich die meiste menge drin meistens ist es nämlich so dass gerade die günstigen sachen einfach eine geringere mengenangabe haben beziehungsweise da einfach weniger produkt drin ist und dadurch dann der preis ein bisschen gedrosselt ist und dann habe ich den in der gelben variante auch noch geholt das setting spray das ist das matte fresh setting spray das hat glaube ich irgendwelche puderpartikel drin so wie ich das auf der website gelesen habe schauen wir mal welches besser ist oder ob mir überhaupt eins gefällt ich habe nämlich beide noch nicht ausprobiert ein weiteres produkt sind die kärbeer brushes blush und brush hintereinander zu sagen ist echt schon schwierig eine süße fake leder verpackung übrigens das ist she in x und nicht she glam x kärbeers wenn man sich das mal suchen möchte es gibt mehrere mehrere blashe es gibt mehrere pinsel schon aus dieser serie hier sind vier stück enthalten ein den habt ihr seht ihr habe ich auch schon benutzt ein angeschrägter pinsel beziehungsweise der ist auch von dem stil her angeschrägt so wie diesen als liner pinsel dann einen etwas dickeren und einen dünneren für ich würde mal sagen den könnte man sogar schon fast bei meinem bei meiner augengröße in der crease benutzen den habe ich schon benutzt am unteren wimpernkranz funktionieren die echt klasse und die haben alle irgendwelche kabel kärbeers drauf als charaktere ich habe meine anderen von den kärbeers schon eine öfter gewaschen und das bleibt dran das ist eher gimmick gebe ich meinen kindern zum spielen als vorletztes produkt ja durfte eine weitere lidschattenpalette mit ich glaube das ist für die die halloween edition gewesen das ist die she glam alien mod palette coming coming come up heißt sie riesig riesig von der umverpackung aber auch die eigentliche palette ist riesig ich habe sie schon mal ausgepackt also wundert euch nicht pack sie aber noch mal mit euch aus die hat hier noch mal einen weiteren schuber drin wo sie noch wirklich fest drin sitzt und eigentlich ist diese form das was mich von abgehalten hat diese palette zu kaufen denn sie kommt in einer extrem interessanten form sieht auf den bildern echt günstig verpackt aus beziehungsweise günstig produziert ist aber total hochwertig also die pappe die sie dafür benutzt haben ist wahnsinnig hochwertig wahnsinnig dick überhaupt nicht flimsy überhaupt nicht irgendwie so dass sie gefühlt die nächsten male auseinander fällt da habe ich schon bin ich schon einiges anderes gewohnt auch hier der schuber der ist oben festgemacht ich hoffe ihr seht das so dass man sich den in diese schraube wieder rein drehen kann wenn man möchte und das sind die farben der palette die haben glaube ich bis auf das schwarze und das helle haben die alle irgendwo eine prägung drin und heißen auch so also der heißt asteroid der heißt in orbit dann haben wir noch ein jupiter ton der alle und der neptune haben eine ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt wunderschöne prägung drin und die schimmer lidschatten wirken im gegensatz zu der care best palette echt interessant dazu werde ich euch auf jeden fall eine review geben beziehungsweise mit euch ein first impression schiegel im video mal machen als letzte letztes produkt produkt reihe habe ich mir neue bommels gekauft für mein gesicht beziehungsweise zum schminken ich habe einmal die was ist das fliegenpilz variante dann habe ich einmal den frosch und schnecke total niedlich und sie passen ich zeige es euch mal vorsichtig denn ich bin hier schon geschminkt einmal die passen für meine kopfform echt perfekt denn sie sind nicht zu groß nicht zu breit und ich setze mich mal ein bisschen weiter nach hinten mega süß seht ihr diese haben nicht so ein breites gummi wie zum beispiel die care bears wie das hier das hat ein sehr sehr breites gummi und wenn ich das aufsetze rutscht das mehr im prinzip hinten wieder runter das ist bei denen nicht so hier ist einmal die schnecke wenn ihr von heute morgen übrigens das make up sehen wollt das habe ich im live geschminkt da hatte ich schon meinen frosch auf und dann zeige ich euch nochmal vorsichtig damit ich das make up nicht direkt zerstöre meinen fliegenpilz ich würde sagen mega niedlich oder ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen denn das war so mein skikum hol ich würde mich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert um weitere holz nicht zu verpassen lives nicht zu verpassen project panning oder first impressions wir sehen uns beim nächsten mal bestimmt wieder tschüss und schönen tag noch